Wir hatten jetzt in der Season schon auf Level 16. Jetzt den brauchst du immer. Schönen Dank. Lass bitte Ruhe! Nein! Geht's! Ich schieche die ganze Zeit! Er geht zu Zeit 14. Where is our name? Where is our name? Why is our name? Where is our name? Where is our name? Jump pass! Come to me, please jump! I love it! 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 Please! I love it! 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 Oh my god! Why are us indeed? oh noob rinz ah das war ganz viel Spaß noob rinz ist nur fight so langsam kann man eigentlich mit Sprengen laufen guckt euch mal das an das sieht so wie in Zeitlupe aus die 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 das war und die 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 Paradise Palms Niemand. Alarm. 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 Kommt der Schwulgegner. geht noch auf uns schießt man sich was sie zu sein jährlich das wird schon schlug muss ich ganze Zeit drauf gucken wo er ist Wenn ich gleich bei der Scheiße bin, muss ich halt dann. Wo ist der denn? Wo? Wo ist das Notschubzeichen? Notschubzeichen. Notschubzeichen. Bist du, Digga? Ist auch kein Notschubzeichen? Was ist das Notschubzeichen? Das ist Notschubzeichen. Warum verschwindet er, wenn ich ihn damit anzeige? Und dann war er kopiert einfach direkt weg. Er war direkt weg. Oh, ist mein Feuer. Was ist das denn? Die Metzkaffee. Ich bin der Minigun-Man und will Gegner sehen. Was ist das? Gekno. Er wollte mich doch verarschen. Jemand hat die Landung verletzt. ich habe auch die knolle das ist vermasselt ich liess manchmal nicht richtig im Chat da oben habe ich so eine pure Aussicht aber ist hier trotzdem jemanden ich will meinen Spaß haben wo seid ihr? der Sniper reicht soweit nicht ich will eine kleine Sniper lieber oh man ich will die Sniper Das ist aber von Milliarden Meter zu schießen. Ey, das ist doch so wenige, aber ich habe bis jetzt nur einen gefunden. Von diesen ganzen acht Kropfen. Alter, mein Berg ist perfekt in der Runde. Okay, der schert mich sofort da ganz. Der hat mich sofort in der Hand. Hit, Digga! Ich habe gar keinen Stapfen mehr gelegt. Ich habe einen Shot. Diesen alten Shot kann ich ihm leider nicht treffen. Wo kann ich ihm mich die ganze Zeit vergleichen? Ist hier irgendjemand? Der Tom hier? Ey, bitte sag, irgendwo ist jemand. Paradise Pumps. Paradise Pumps ist doch wenigstens einer oder so sein. Aber das ist die Truhe. Jetzt lag ich ihn wieder. Jetzt lag ich ihn wieder. das ist so ich hab null money, null weg nur gefunden ich bin zuhause, ich bin zuhause ich bin so klein, bock Ja! Ja! Das ist ja... ... 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 oh ich kann das gar nicht spannend weil ich fast gar keine gegner gefunden und jetzt schon nur noch so wenige sind wenn jetzt bei mir so ist ich glaube ich ich lache ich glaube ich glaube ich glaube schon als ob genau bei mir die sohn ist ich lache ich schlaupt alle müssen zu mir ich lache ich schlaupt aber das wird dann aber eine brutale welle sein was das ist das problem dass die brutale welle kommen wird der mittelpunkt leute ist hier bei mir ist der mittelpunkt der mittelpunkt der hatte auch so viele mädchen freu mich zwar hier ist es wirklich der mittelpunkt die kann nichts mehr machen wenn die hoch kommen werden sie zerfekt das heißt sie müssen dass ich am rand des da am rand sich verkehren ich weiß nicht ob da jetzt ein spieler war oder nicht aber aber ich muss jedes mal gucken ob hier jemand hoch geht weil das ist der mittelpunkt leute hier ist der mittelpunkt der sohn der sohn vom spiel fast jetzt wegen der sohn hier ist der mittelpunkt alles ist mit sturm und jetzt ist es hier bei mir der mittelpunkt geil ich bin total freund ich bin total ich bin total ich bin total ich bin total ich weiß nicht ich ich weiß ist Oh, rent. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.